was geht ab Leute es sehen ist wieder da mit der neuen Folge Let's Play Transformers der Rest station so dann schauen wir mal was auf den kleinen Bumblebee wartet die natürlichen Bosskampf sah ja auch gar nicht aus wie eine Arena Kickback Komm schlürt und hermalen die Bam Bam Zack 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 BAM 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 Ha Ha Tum Tum Da kommt Da kommt er Ha 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 Tum Tum Und Zack Zack Pam Oh was passiert jetzt Oh Woop Iskla Ja Tum 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 Aua! Toll! Oh, bitte erst, ob ihr hilft. Ja. Really? You gotta be kidding with that. Down, down. I turn. Aua. Ha. Oh, man. Zu dritt gegen einen, weißt du, so einfach auch schon wieder unfair. Pisser. Reinforcements? Really? And for my next trick. Uh, uh, boom. Hahnemann. Uh, ha, ha. Huh? Ah, ha, ha. Uh, ha, ha, ha. Oh, ha? Huh? Ah ha. Ah. Uh. Aua. Ich probier's mal nochmal mit dem anderen, ähm probier's mal mit dem ja. Ja. Wahrscheinlich werde ich jetzt den Kampf neu anfangen müssen, aber naja gut. Ne doch nicht, das ist nicht gut. Alter. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ja unmöglich! 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 Optimus rettet immer alles, ey. Waffen sind verarschen, langsam, aber ein für ein Schlag und alle sind tot. Mann. Puh. Oh, komm schon. Puh. Puh. Hm. Woa. Ah. Komm. Komm. Ah. Ah. Komm schon. Denz. Nicht. Mein Leben kostet. Der Schiff ist jetzt aufgewertet. Aber wenn wir Mechatron den Plasmakorps entfernen, bevor wir ihn finden, dann wird unsere Verwaltung hier nicht wichtig. Wir müssen schnell gehen. Wir müssen schnell gehen. Ergebnis Kapitel 2. Die Brawl Stars. B, C, A, D, C, D, 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 A gut ging. Ah ok. Yay. Kleiner Blaster. Doppelstahlschwert. Grimlox ist ein spielbarer Charakter, wählbar. Yes. Ne, ich bin so ohne eine Marsformungsmodus freigeschaltet. Dun, dun, dun. Ja, wir haben den Dino. Yes. Geil, 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 geil. Grimlox Handschuhe, Galaxialwerfer, einfache Blaster. Na Kampf, was haben wir denn da? Doppelstahlschwert. Dann kriegt er das. Boah, Kalle. Boah, der macht aber schon viel Schaden hier. Hier, diesen doppelten Blaster. So, dann machen wir noch Synthese. Haben wir denn irgendwas im Nahkampf? Nö. Irgendwas im Fernkampf. Ja, da haben wir ein bisschen was. Galaxialwerfer mit einfacher Blaster. Galaxialwerfer mit Thermalstreuerschuss. Brandscharfschützengewehr mit Thermalstreuerschuss. Und Galaxialwerfer mit Blitz-Doppelblaster. So. Ja, dann beenden wir an dieser Stelle mal die Folge. Etwas kürzer heute. Wenn sie euch denn gefallen hat und wenn ihr diesen Dino mögt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge, wenn wir mit dem T-Rex durch die Gegend ziehen und alles niedermetzeln. Wenn es wieder heißt, let's play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haute rein. Ciao. Bis dann.